wir sind mal wieder unterwegs Richtung alte Fulda und ja gerade die Hunde am Gasschen führen und Nicole die hat sich richtig schön schick gemacht, ich werde mal stehen, ja es ist doch selten dass du so hübsch aussiehst. Danke. Gekleidet meine ich, du bist auch immer so schon hübsch. Jetzt hast du sogar noch eine hübsche Kette, scharfe Titten, okay, guck mal kein Flugzeug, ja wenn ich am bin, dann ist es nicht gut, wenn du drehst. So, jetzt darfst du drehen. Ja, und jetzt kriege ich gleich die Hündchen und Mäuschen muss jetzt los. Da ist Dreck auf der Kamera. Hier ist sofort zu los, ziehe nicht über Gefängnis und kassiere 20.000. Oh ja, das ist gut. Jo, gut, ich lauf jetzt weiter, mach mal eine Runde hier mit den Hunden, damit die kleinen Scheiße auch mal kacken können und Mäuschen geht in ihren Gesangsverein. Ich vermisse euch jetzt schon. Verein. Du kommst mir immer so nah. Ich kann doch zoomen, so, jetzt bin ich hier genauso nah, jetzt bin ich hier genauso nah, jetzt bin ich hier noch viel, 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 viel näher. Guck, guck. Guck, guck. Na? Na, wir müssen ja beobachten. Ja, wisst ihr auch. Ja. Macht ja nichts, oder? Viel Spaß. Bis später. Du bist immer noch ganz nah. Große Aufnahme von deinem Kopf. Und von deinem hübschen Popo. Das betont es nur noch. Das betont es nur noch. Hab dich lieb. Bis später.